Die neue Oberklasse von Audi, kompletiert durch den neuen Audi Q8. Das viertürige SUV-Coupé bildet das Top-Modell im Portfolio der Q-Modelle und verbindet markantes Design mit großer Variabilität. Ganz gleich ob SUV, Grand Tourismo oder Business-Limousine, die neuen Oberklasse-Modelle verbindet eine gemeinsame DNA in puncto Design und Technik, jedoch mit unterschiedlichen Talenten. Sichtbares Zeichen für die neuen Audi-Oberklasse-Modelle ist die neue Designsprache. Sie setzt auf große Flächen, scharfe Kanten und ausbalancierte Proportionen. Allen gemeinsam sind die Quattro-Plister, als Reminiszenz an den Audi U-Quattro. Der A8 markiert den Beginn der neuen Designsprache. Er verkörpert Eleganz, Hochwertigkeit und progressiven Status. Der A7 steht mit seinen großen Flächen und sehnlich gespannten Linien für die Essenz der neuen Formensprache. Die A6-Limousine fasziniert mit ihrer technischen Eleganz und stimmigen Proportionen. Der A6 Avant verbindet Form und Funktion mit seiner langen, flachen Dachlinie und einer dynamischen, flach abfallenden D-Säule. Die unterschiedlichen Charaktere zeigen sich auch durch die jeweilige Gestaltung des Single-Frames. Der Audi Q8 bietet mit dem Octagon Kühlergrill ein neues Erkennungsmerkmal der SUV-Modelle. Beim A8 vermittelt der breite, verchromte und aufrecht stehende Kühlergrill Status und Prestige. Der A7 hingegen visualisiert mit seinem sehr flachen und weiten Single-Frame bereits auf den ersten Blick den sportlichen Charakter eines Gran Turismo. Die Front des A6 unterstreicht wiederum den technisch eleganten Charakter des Oberklasse-Modells. Klarheit ist das neue Premium. Im Innenraum erwarten Fahrer und Passagiere eine reduzierte Interieurgestaltung, die durch großflächige Zierleisten im Black-Panel-Design geprägt wird. Damit bieten die Audi-Oberklasse-Modelle das modernste Interieurkonzept in ihrem jeweiligen Segment. Mit dem innovativen Lichtdesign unterstreicht die Marke eine klassische Audi-Stärke. Individuelle Lichtinszenierungen betonen beim Öffnen und Schließen den jeweiligen Modellcharakter. Eine faszinierende Synthese von Design und Technik. Fünf Modelle, ein Premium-Portfolio. Die neue Audi-Oberklasse. Fünf Modelle, ein Minster D Utz. Eine Fringer, ein Premium-Portfolio. Die neue Audi-Oberklasse als Geist hat sich direkt vor Ort, um in nhà gegen – Loose-Berk крепzculosis zu beámen. Fünf Mont guardian Chad, ein Aug-Gehler. Daher auch die Nutzung. Eine aller boughten aus der Geist African-Portfolio. Daher auch die Nutzung. icide wird Australier-Uberklasse. Vielen Dank.